Ja, hallo, ich bin die Anke Donato, ich bin 49 Jahre alt und werde im Juli 50 und bin von Beruf Erzieherin, arbeite im Moment aber für die Firma Fitline und verkaufe dort den Power Cocktail, weil das einfach zu meinem Lifestyle, Gesundheit, Beauty und Fitness so gut passt. Ich habe zwei Kinder, welche im Ausland studieren, die Julia in Barcelona, die Sarah in Amsterdam und ich selber habe auch neun Jahre im Ausland gelebt, in Toronto und in Brüssel. Ich treibe total viel Sport, gehe eigentlich jeden Tag ins Fitnessstudio, Boxen, Deep Work, Body Art, Gerätetraining und meine ganz, ganz große Leidenschaft ist das Golfspielen. Ja, und ich würde ganz gerne mein Strahlen ein bisschen zum Leuchten bringen und interessiere mich wahnsinnig für schöne Bilder und fürs Modeling und für Beauty und würde ganz gerne der Welt da draußen zeigen, dass man auch mit 49 Jahren noch gut aussehen kann und noch fit sein kann und hätte wahnsinnig Lust, einige Projekte dort zu starten und habe leider keine Erfahrung, aber ich glaube, dass ich ganz gut lernen kann und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich einen Auftrag bekommen würde. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss! 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 Vielen Dank.